Warzone. Die Reise beginnt immer im Flieger. Alle starten gleich. Doch der Weg, den sie gehen, ist unterschiedlich. Warzone ist ein Auf und Ab. Ein Looten, Killen, Gekillt werden. Manchmal hilft auch nur der Gulag. Aber eins steht fest. Jede Runde ist eine Geschichte. Und einige dieser Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Und das ist unsere. Der ist runter. Pass auf, aber close. Schön. Oh, mein Gamer. Ihr freest. Ach du, zwei Mann. Hier, hier an der Seite. Die kommen rum. Komm ich selbst. Wir fehlen noch. Es ist anders krank, Freunde. Wir haben es. Wir haben fünf Wins in Folge. Nächste Runde wäre die Nuke-Challenge. Aber wie beginnt unsere Geschichte nun? Naja, wie jede gute Warzone-Story. Im Flugzeug. Ready to fight. � strikes, режist. Oh mein Gott, er hat auch keine Waffe. Das ist ein lauter Kisten, wenn du wachst. Oh ne. Das lag schon wieder. Wieso habe ich keinen lag gehabt? Das hat ein Fenstermacher. Komm, du wirst dein Mate hinterher laufen. Ist der Leiter? Ist der immer noch oben? Ja. Ich geh ein bisschen ab. Das war einfach Powerpuff Mike. Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir. Der Stimme aus dem Hintergrund. Heute war ein guter Tag. Denn wir gingen in den Wars und Duo und das lieben wir beide. Nachdem wir also unsere erste Runde gestartet hatten und unseren Homespot bzw. unseren Landungsspot erstmal gecleared hatten, ging es jetzt daran voranzukommen. Wir hatten genug Geld für Waffen und die wollten wir uns auch direkt gönnen. Deswegen machten wir uns auch gleich ins Nachbardorf auf, denn dort gab es einen Shop. Und wir wollten dringend unsere Primärgans. diese Distanzen, was mir hier läuft, Alter. Okay, ich will nicht drüber reden. Jetzt wirst du hoffentlich gebeamt. Das ist auch so ein bisschen Anti-Mate. Manchmal ja. Ich glaube ich nehme den Snipe. Einfach jetzt. Wo sind die Festungen eigentlich? Ach. Das ist echt super anstrengend. Die sollten die mehr über die Karte verteilen. Eins links, eins rechts, eins oben, eins unten. Oder? Vier Stück. Oh. Ein Dach. Ich glaube er ist wieder rein. Hat noch jemand diese Feelings vorne? Ich glaube die sind unten drin. Stecken sie sich wieder in so ein... Nein, nein, nein. Ganz vorne am Dach. Ich glaube da habe ich ihn gerade bewegen sehen. Ja, ja. Einer cracked. Betäubt. Er ist runter. Oh, er ist won. Er hat dann den Claymore. Hol ihn dir, hol ihn dir. Schön. Der andere ist runter, der andere ist runter. Jetzt habe ich zu weit gezogen. Der andere ist hier runter, oder wie? Ja. Aber wohin ist? Keine Ahnung. Ah, da. Einen runter, oder? Da fährt er. Was erfährt. Sicher, dass das er war? Ja, er ist cracked. Ich glaube, wurde einer gekauft. Also, ich bin mir sehr sicher, dass er das war. Er hatte da eine Claymore platziert. Ich bin voll reingerannt. Unter mir, unter mir. Aktiviere Mine! Aktiviere Mine! Oh, er hat mich gut gehedet. Bin. Oh mein Gott, er ist reich. Brauchst du noch ein Selfie? Nachdem wir nun schon einiges an Loot zusammengetragen hatten, kauften wir uns noch eine Backup-Waffe. Weiter ging es. Die Zone verengte sich immer weiter und wir wollten uns gut positionieren. Deswegen wollten wir auf dem nächstgelegenen Hügel und erstmal die Umgebung checken. Doch leider wurden wir auf dem Weg dorthin... ...etwas... ...abgefangen. Was ist unser Ziel? Irgendwo dahin? In den Häusern, oder? Da läuft er. Crack. Der hat reif müssen. Anderer Hit. Einer hat keine Platten. Wieder Crack. Wieder Hit. Also da müssen wir dann doch wieder einen langen Lauf drauf packen, Freunde. Die sind direkt da an der Clip, oder? Ne, ne, die sind oben auf den Häusern. Einer war unten. Oh, fuck, den hab ich gejoggt. Hit. Oh, er hat mich hit. Jetzt wird er mutig. Cracked. Oho. 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 Neben mir war einer. Ich bin raus. Er ist schon bei mir. Oh mein Gott. Das war Powerpuff Mike von vorhin. Wie er mich verarscht hat. Wie er mich verarscht hat, Powerpuff Mike. Ich finde dich, Powerpuff Mike. Du bist fällig. Snipen. Weiter oben. Weißt du ungefähr, wo der war? Bei dem Stadion. Drinnen. Oh. Das ist ein Play. Okay, ich habe eine Deagle. Ich schieße. Ist unter mir. Ist er reingelaufen? Es sind zwei. Einer Knock. Bombendrohne. 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 Herz geht schock. Herz geht schock. Aber wer kommt? Er ist hinter dir. Hinter dir. Pass auf. Einer Knock. Einer Knock. Der zweite Knock. Scheiße. Die Deagle, Alter. Die Deagle hat gerockt, Freunde. Hinten drin. Genau da. Links. Oh mein Gott. What a play. Anderer Selfie. Nice. Oh, vielleicht wenn du dich beißt, schaffst du es noch. Hier drüben. Sag doch. Ich glaube, das hat einfach nur ein Timer. Okay, also wir könnten es gleich machen. Jetzt, wo es noch angenehmer wäre, zum rüberkommen. Da vorne sind schon Fights. Irgendwo hier. Ja, dann lass das machen. Ja, dann lass rüber. Das ist so eine richtige Flusszone. Ja, gerade haben sie uns nicht auf dem Schirm. Die snipen hier hin. Ja, lass gehen. So. Dann lass aber von hinten rein. Am besten. Also hier, weiter hinten. Okay. Da wäre eine Leiter, der ist ein Stock. Einer ist auch hier. Komm her. Er ist der beste Spieler der Welt. Schön. Wichtige Kills. Wichtige Kills. Achtung, Fabi. Zweimal. Mit net. Hier, hier. An der Seite. Die kommen rum. Komm ich selbst. Oh mein Gott. Wie viele noch? Einer noch. Einer noch. Einer noch. Der ist. Oh Gott, er ist anders dumm. Wunderschön. Er ist anders dumm. Oh mein Gott, er war anders dumm. Vielleicht hier rechts runter? Da läuft einer. Hier rechts. Unter uns noch. Ich höre es nicht. Ja. Fabi. Sehr schön. Ein Team. Einer noch. Einer noch. Er ist an der Brücke. Er ist an der Brücke. Warte, warte, warte. Bleib weg. Bleib weg. Ich hab was lustig ist. Oh ja, ja, ja. Ich seh ihn. Ich hab ihn gesehen. Ich seh ihn. Und so hatten wir unseren ersten Win des Tages. Wir waren voller Euphorie. Heute sollte der New kommen. Wir waren absolut on fire. Wir hatten richtig Bock drauf. Und genauso spielten wir auch. Also, nichts wie los in die nächste Runde. Ich hab auch bloß den MP. Und die anderen kommen in unserem Rücken. Pass auf. Ich glaub, wir müssen hier weg. Das hat glaub ich keinen Wert. Was ist das? Oh, hinter. Ah, hab ihn crack, hab ihn crack, hab ihn crack. Hab ihn, hab ihn. Komm runter. Ha, 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 nein. Easy. Wirklich jetzt, oder? Easy. Easy. Hihi, 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 hihi. Sah raus? Oh, er hat mich jetzt. Absolut. Ehre. Oh. Sah raus? Das ist doch recht. Lass ich treff den. Ich bin jetzt auch mal in den Kill abgekommen. Wow, ich wurde gesniped. Am Turm außen. Er wird nicht finishen. Er ist oben am Turm. Wenn du ihm noch schießt, überlegen. Aber egal, er ist ganz oben. Geht's hier irgendwie drauf aufs Dach? Hat der mir jetzt echt den Kill gerippt? Keiner Lippe. Ja, hier redet einer. Okay, ich popp Drohne. Ich hab gleich eine neue gefunden. Andere kommt. Hinter uns auch noch einer. Als hab ich Drohne gepoppt, auszusehen. Ja, dann lass die hinter uns. Oder? Achtung, die sind runtergesprungen. Ich hab einen Fall schon gesehen. Pass auf. Einer gleich über uns. Schönen. Schönen. Dann andere da oben. Schönen. 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 Oh, hier hinten. Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. Hier. Boah, er ist hier. Er hat mich. Pass auf, er ist sweaty, sweaty boy. Okay, dann wird's nix mehr mit uns beiden. Hubschen. Das alleine spielen. 3-2er. Aber du hast die beste Posi, glaube ich, mit. Oh mein Gott, wie, was hat der für einen Boom gehabt? Mhm. Schade, war eine gute Runde. Aufgestützt. Ein kleiner Rückschlag. Aber das sollte uns nicht aufhalten. Die Runde war trotzdem stabil. Und wir gingen natürlich direkt wieder ins Geschehen. Komm dran. Die Flinte. Hier drüben ist was rein. So ein Haus. Ich glaube, die sind unten rein sogar. Ich hab' ein Horst. Ich hab' ne Snipe und ne Shotgun. Und ich hab' den Horst. Du hast den Horst? Wohin. Insta-wohin. Wohin. Komm. Schmeiß' den Horst. Einer noch. Oh, du fahr'n Single. Doch diesmal wollten wir es etwas abgebrühter spielen. Also landeten wir Opsi und holten uns nen Kili, um erstmal ein bisschen Geld ranzubringen. Na raus. Das Ding scheppert so anders, Alter. Wann kriegen wir mal wieder eine Festung vor die Ausbrüche hier unten, Werner? Ja, hier. Echt? Wie ist du da rum? Ja, ja. Die Box. Und, ist die Blacksard hier? Och, komm. Ach, jetzt ist nix vergönnt. Ohne. Wir könnten es trotzdem machen, die Blacksard, wenn du magst. Haben wir hier einen Heli oder so? Mm-mm. Ja doch, unten. Den großen. Den können wir nehmen. Ah ja. Ja, dann nehmen wir den. Also. Der Plan stand. Heli schnappen und ab zur Blackside. Nachdem wir also die Festung für uns entscheiden konnten, ging es weiter. Denn wir wollten noch mehr Loot. Damit wir endlich mal richtig equippt in den Endfight gehen. Da hoppen sie alle zwei obendrauf, siehst du? Willst du rausschießen? Vorne, 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 vorne am Dach. Am Shop. Ah ja. Ich halte an. Okay. Das ist cracked. Hast du ihn? Nee. Krieg mal rum, er springt runter. Ach Gott, ich habe ihn nicht getroffen. Oh, ich wurde gesniped. Von wem? Ich bin kein Arme. Wo bist du? Ist das Selfie? Nee. Ah, er kommt. Shit, das wird echt eng. Christ. Hinter dir oben auch. Hinter dir. Oh. Alles gut. Ich habe auch ein Dach rum. ist direkt bei mir Nein. Egal, jetzt auch. Robin. Oh, das war knapp, ey. Direkt auf unserer Höhe. Oh Gott, wie schnell war ich weg. Einer ist verschwunden. Die sind hier, die sind gleich vor uns, die sind gleich vor uns. Waren zwei Killaufträger hier in dem Dorf. Sicher? Ah, links. Reicht doch. Einer noch. Der andere rechts. Cracked. Ja, bei der Ping. Ah, ist der erste bloß rüber, aber einer muss dann schon rüber sein. Ich pop Drohne. Hä? Ja, ja, hier drüben ist der andere. Er kommt rüber, er kommt rüber. Pass auf, der vor uns macht mir Sorgen. Ah ja, Wasser. Warte mal, lass den den Wasser schnell holen. Der ist jetzt nämlich gleich beam ready. Der ist gleich beam ready, komm raus. Der andere vor uns. Und die anderen im Haus. Oh, ich brauche Hilfe. Oh, ich brauche Hilfe. Ich habe ihn irgendwie, ich habe einfach Spray and Pray gemacht. Spray and Pray, Spray and Pray. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Auf der Straße. Oben am Fenster. Und auf der Straße noch einer. Ah ja. Ah, auch noch. Einer muss safe hier haben. Sehr schön. Nun war es fast soweit. Die Endzone rückte an. Und es wurde Zeit, sich ready dafür zu machen. Knock. Aus. Der andere kommt. Und. Steiner. Schön. Okay. Nice. Da. Da wurde die wohl. Die hinten auch. Das ist schön. War ein anderer? Ja, ja. War ein anderer. Schön. Die Moven. Das da geht raus. Ja, die sind auch fast draußen. Ein bisschen geschossen. Es sind noch zu viele. Sechs. Es sind zwei. Ein Team würde jetzt von oben kommen. Ja, die falten sich jetzt. Aber noch. Jo. Ich glaube, ich gehe mit Cluster drauf. Noch ein noch. Auch ein gefinished glaube ich. Einen anderen. Boah, nice. Unter uns, glaube ich. Muss irgendwas rumgucken. Pass auf. Noch zwei Teams. Eiei. Eiei. Oh mein Gott, da drüben. Jetzt passt du den Prezi. Gegenüber. Ja. Hier sind die. Hier sitzen die. Und wir müssen move'n. Hau ihn drauf, bitte. Jetzt. Jetzt hau ihn drauf. Habe ich schon. Habe ich schon. Er moved in die Zone. Schön. Einen hast du. Und der andere sitzt rechts. Der andere sitzt rechts. Noch, 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 noch. Wir haben Selfie. Nice. Hier haben's GG. Diese Runde. Brachte uns zurück auf Kurs. New Kurs. Und wir wollten sie nicht abreißen lassen. Falls ihr jetzt an der Stelle natürlich sagt, ich würde gern das ganze Gameplay sehen. Und nicht nur das zusammengeschnitten, ne. Habe ich für euch unten den ganzen Stream verlinkt. Da könnt ihr euch das ganze nochmal in 6 Stunden gönnen. Oder seid beim nächsten Stream dabei und droppt jetzt euer Abo. Und ein Like, wenn ihr mehr von diesem Content sehen wollt. Und wir lassen uns in Ruhe. Das ist so der Gameplan. Und wir lassen uns in Ruhe. Da kommen sie. Raus. Ja. Andere ist hier. Dead. Gut. Das glaube ich waren die letzten auf unserer Seite. Ich würde sie nicht pushen. Lass sie kommen. Werner raus. Werner kommt. Brezi auch noch raus. Brezi, Brezi, Brezi. Und dann kommen nochmal zwei übers Bachbett. Aber jetzt sind die oben wichtig. Jetzt müssen wir das obere Team raus nutzen. Dann haben wir gewonnen. Lasst die oben holen. Lass die oben holen. Die sind die Wichtigeren. Hier am Stein ist er. Gut, Hits Kannst du mal die zweite Drohne poppen Scheiß drauf Von links Genau deswegen Er kommt Treff ihn nicht Weil ich scheiße bin Wir müssen bloß aufpassen, dass die unten nicht kommen Blend geht raus Er ist voll flash, er ist voll flash Ich auch, ich auch Geradeaus durchwache In dem Stein, glaube ich Irgendwo da oben Der ist nach hinten gelaufen Der ist runter Pass auf, aber close Schön Oh, mein Game hat gefreezed Egal Oh nein Das kann nicht sein Erneut ein herber Rückschlag Aber nicht so tief Wie man vorerst denkt Denn Flexis konnte die Runde noch für sich entscheiden Und somit waren wir still auf Streak Und das sollte uns auch nicht aus der Fassung bringen Direkt weiter Direkt mehr, Wenz Wir wollten jetzt Diese Nuke Letztes Magazin Noch, noch, noch Finish Der andere ist aber dahinter gerechtet Ich habe nur noch ein Magazin Muss ein bisschen aufpassen Und unten müsste auch noch was sein Oh, ja Er hat 100 Hits Er hat keine Platten mehr drin Aber ich habe keine Muni mehr Warte, warte, warte Ich kippe die Leute Hier Oh, oh Wunderschön Ich denke, unten würden die Letzten sein Pass auf Hier in deinem Hügel Der muss jetzt raus, aber Ah ja, da unten Direkt von uns Lens gehen raus Keiner Vor mir, vor mir, vor mir Es ist, es ist Einer hat Selfie Mach ihn raus und wir haben gewonnen Schön GG Und somit waren wir unserem Ziel So nah Uns fehlte noch ein Win Um in die Nuke Challenge zu kommen Und das war das heutige Ziel Diese Nuke musste fallen Also sammelten wir uns nochmal Und gingen rein War das over? Einer mit lila Schild hat Hits Er ist hier innen drin Raus Was ist der letzte? Ich glaube ja Sehr gut Damit wir die Drohne haben Die ist da drüben Die ist da drin Rät sie auf uns Von unten vom Shop Shop, shop Ich mach noch Muni Box Lass es erstmal nach hinten ausweichen Schön, der andere ist auch dahinter Er ist wieder rein ins Haus Ein bisschen pushen Ja komm So Hier oben rein ins Haus Er wusste es halt sofort Er hat sich gedacht Er hat sich gedacht Glaub ich Er hat sich schon abgehämen Die ganze Zeit Der ist hier eigentlich Hinter dem Ja Ich seh es auf der Drohne Auf der Mauer Push ran Ist er nicht Einer Knock Oder? Ja Einer ist noch innen Oh, der hat ein Selfie Da ist noch ein Selfie drin Da ist noch ein Selfie drin Ich glaub schon ein Selfie Hier am Stein Ja, hab's gesehen Hab's gesehen Die anderen zwei kommen jetzt auch Da unten läuft einer Jetzt müssen wir sie wegmachen Oh, wie weit fliegt die Der unten, der am Berg Der unten, der am Berg Ist cracked, ist cracked Komm, lass den wegmachen Ja, der muss auch weg Er ist hier irgendwo Ja, wo ist der? Er hat noch eine Maske Muss aber nicht wirklich was Okay, der eine ist nur noch links weg Pass auf Dass der hier noch rumtümpelt Oh, wir haben Killer Pose hier Oder rechts Wäre vielleicht sogar noch Ein bisschen besser Die sind jetzt da unten am Haus Weiten Aber wir sollten eher rechts Es sind nicht mehr viele Spieler Sechs, wir können das schaffen Ich glaub der Berg wäre besser Da haben wir viel mehr Zonenfreiheit Ah, ich mach unsere Aufwand Okay Oh ja, Gott sei Dank Hab ich die angemacht Einmal Ich hab ihn Full Flash Hände raus Jane Ich muss nur noch schnell looten Hat der Platten Gute Dude Okay Die anderen sind alle unten Die anderen müssen alle in die Zone Moven Letztes Team Letztes Team Letztes Team Letztes Team Letztes Team Die Moven aber noch nicht Wir können sie am Haus abfangen Wenn du magst Eine ist schon beim Haus Da hinten am Haus Ich probier's mit dem Prezi Maybe renn da rein Einer snipet Einer snipet Ah, das ist schlecht für uns Ja Der ist aus Out of Zone aber, ne? Flank rechts Der andere war links Der andere war links Schau mal, ob ich den rechts Noch ein bisschen beschäftigen kann Hier oben Ich hab mich hit Boah, wieder hit Geh jetzt Lock, lock, lock Der ist drin, der ist drin, der ist drin Ich hab ihn geflasht Schön Nice Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, wir haben's Wir haben's Wex, wir haben's Und somit Und somit waren wir dann Endlich am Ziel Die Nuke Challenge Fünf Wins in Folge Wir hatten ein Auf und Ab Ein Für und Wider Game Freezes Unlucky Rounds Leggy Lobbys Was man alles in der momentanen Phase von Barson 2.0 halt einfach erlebt im Spiel Ich denk Der ein oder andere kann das nachempfinden Jetzt ging es darum An die Nuke Challenge ranzugehen Wir überlegten lange, ob wir es im Dubu starten wollen Oder ob wir uns Da wir diese Challenge noch nie erreicht hatten Und somit auch keine Erfahrung damit hatten Dem Ganzen den Vierer stellen sollten Nach langem Hin und Her Gingen wir dann auf Vierer Vinci Und Saturs Schlossen sich uns noch an Und wir wollten starten Die Nuke Challenge Sollte Einfach Der Knaller werden Hoffen wir zumindest Okay Wohin 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 Wo ist der? Ach hier Ja 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 Ich sehe es Ja Jetzt Hebt doch Außen Jetzt Ich sehe es Außen Okay Perfekt Okay Jetzt müssen wir das Fragezeichen runterlaufen Lassen Fragezeichen runterlaufen Lassen Achso Okay Hier Wann haben Bin ganz woanders Ja Bei mir war der auch erst in der Mitte Oh mein Gott Okay Okay Ruhig Alles cool Jetzt bei uns ist gleich das Spiridium Ja ich brauche jetzt eine Waffe Digga Ich kann nicht direkt So machen Alles gut Alles gut Wir haben 26 Minuten Zeit Die drei Elemente zu finden Oh mein Gott Ja Unter mir Unter mir Hast du den hinter mir? Oh Digga Ich gehe gleich noch Oh Ich bin absolut Ich bin absolut Beim Shop Beim Shop Beim Shop Beim Shop Ich bin da Ich bin da Boah ich war anders gebeamt Oh mein Ist da drüben immer noch Der andere ist halt links vom Shop Also von uns aus gesehen Bingen wir links Ich komme ich komme sofort Oh Flex ist man Alter Du bist anders on fire Let's go baby Genau so Genau so Oh wir haben eine Festung Lass die Festung schnell machen Ich weiß es ist ein bisschen Zeitaufwand Aber die ist direkt neben uns Hier oben können wir gleich nehmen Hier oben können wir gleich nehmen Ich höre es ticken Ich höre es ticken Ich höre es ticken Ist das irgendwo da oben Ne ne das ist unten in der Höhle Hä Seh ich mich Ich höre es oben Oh das ist oben Da oben nix irgendwo Es müsste in so einem roten Kasten drin sein Ja Soll ich es nehmen? Ja hier Ja 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 Komm es an Was ist das? Wo ist das nächste? Ich sehe das nächste nicht Wo ist das nächste? Das nächste Wir müssen das Fragezeichen noch abwarten Das wird jetzt gleich angezeigt Okay dann lass uns schon mal ein Auto besorgen Freunde Ist nicht so weit weg Ist nicht weit weg Ist nicht weit weg von uns Die sind an sich nicht weit Außer an diesen Elemente Weiter oben Weiter oben Wir haben Dauerdrohne Die kommen von oben Berg Spieler Nee der ist auf meiner Höhe Der ist auf meiner Höhe Der ist schon unten Der ist unten Okay okay Der ist hinterm Berg Der ist hinterm Berg sein Der ist in der Höhle Der will nicht hochkrieg glaube ich Höhle Ich bleib ein bisschen safe Ich habe Dauerdrohne gekauft Bis später Hier wäre das nächste Also guckt dass ihr eure Platten mitnehmen Wenn ihr seht Gleich mitnehmen Ich will den mal Andere Seite kommt auch was Andere Seite wo wir gerade waren Kommt was Spieler Das müsste hier drin sein Scheiße Der sieht mich ja Der sieht mich Sucht ihr Ich gehe dem entgegen Wo ist das Element? Sucht 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 Geh nicht mit der Krone vor Geh nicht mit der Krone vor Wenn uns das Cloud ist weg Hab ihn break Hab ihn break Hab ihn break Wo ist dieses Element? Er hat ihn noppt Raus Wichtig 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 Ich bin es auch nicht Das muss da drin sein In dem Lecher Also in der Ja Das muss da drin sein Gibt es unten gibt es einen Eingang Oder? Hier hinten Muss hier irgendwo ins Ecke sein Oder oben auf dem Dach Ja doch doch ich höre es in der Ecke Ich höre es in der Ecke Das ist am Dach Das ist am Dach 100 Pro Oben kommt ne Quad Oben kommt ne Quad Oben kommt ne Quad Freunde Wie komm ich da hoch jetzt? Warte ich schau Dass ich aufs andere Warte Quad Der wird zum Shop runterbringen Der ist vom Shop Ne Ne Der fällt weiter Sucht das Sucht das Teil Full Squad Full Squad Full Squad Einer crackt Einer crackt Rune geht raus Dass ihr mich seht Einer muss weitersuchen Freunde Ich bin dabei Ich versuch zu weit aufs Dach zu kommen Ich bin oben Ich bin oben Hopps 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 Okay ich krieg das Ich krieg das Okay jetzt defen Jetzt defen Ich krieg jetzt Dauerschaden Ich bin markt Ich bin markt Ich krieg jetzt Dauerschaden Jungs Warte ich hab noch Ich hab Wir müssen erstmal schauen wo wir hin müssen Ich hab mehr ist noch drauf Erstmal ein bisschen Luft Wir haben hier Dauerdrohne Das ist perfekt Aber von der anderen Seite kommen auch welche Aber von der anderen Seite kommen auch welche Wir müssen über den Fluss drüber gehen Okay Dann lasst hier auf den Berg und fliegen Hier auf den Berg und fliegen Komm wir kämpfen uns durch Freunde Da war ein Pinks Da war ein Pinks Ja Da war ein Pinks Einer ist da Ich geh schon vor Such ihn Ich brauch Platten ohne Er ist unter mir Ja Ja Raus Oh da muss noch einer sein Flexis Bei uns Er ist weiter rechts Hinterm Stein Lauf dir weiter Schaden durch dich weiter Schwede Ja ich weiß Raus Hoch Offenberg Hoch 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 Ich bin da Unterwegs So Also wir haben alles Ja unten kommt ein Full Squad Wir haben alle Elemente Wir wollen alle unseren Arsch Ich schwöre Mann Hier kommt ein ganzer Rudel Ich schwöre Alter Ich seh nichts bei euch Kann ich Zeug oder ist schlecht Aber noch Wer ist es Oh nein auch noch Ausbruch Oh Gott Keine Waffe Nein Oh hier Hier Direkt hier Oh mein Gott Alles gut Lauf dir zwei Ihr habt die Elemente Saturas Hau ab Wir haben nur Ausbruch Ausbruch Ich seh ja nichts Nach hinten weg Weg Wenn die dich kriegen Ist sie mir im Arsch Lauf weg Ich bleib hier Ich fang's ab Komm zu mir Komm zu mir Die werden auf mir landen Wahrscheinlich sogar Gefängnisausbruch Alle kommen wieder Das ist auch Lass alle ins Haus Lass alle ins Haus Das ist durch dieses Ah fuck Ich brauch Platten Scheiße Scheiße Bleib unten In dem Haus Wo wir eben waren Ja hab's gesehen Warte jetzt Ich brauch immer noch Platten 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 Warte Kommt Wo bist du Ich bin hier oben Ich dropp dir Ich bin hier Ich hab keine Waffen mehr Ich hab Oh mein Gott Komm mal rein Wo müssen wir hin Oh Oh ich war anders Gebeamt Bin raus Oh In Gulag Ich hab keine Waffe Du kannst doch mein Body nehmen Nimm mein Body Ich hab noch einen hinter mir Ich hab noch einen hinter mir Nein geht nicht Warte wo Warte wo Warte wo Du hast alle Elemente Oder Nein Eins fehlt Hier 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 Komm lass mich ran Mich rein jetzt Nein Hier hier Wir müssen den King killen Der King ist da Der King ist da Links bei mir beide Einer worden Vielleicht raus Einer war weiter hinten Ich glaub der ist hoch in die Mitte Oh mein Gott Hier sind beide Beide drin Erst Break Erst Break Hinten am Rundell Schön wir kommen Nein 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 Lebe einfach Lebe Lebe Ja ich werde zu Tode gepusht Vergiss den Fall Junge wie viel waren denn da Wir haben noch Zeit Alles cool Aber die hat alles so drauf Beide zu Geht Digga das Full Squad Alter Und da ist grad alles So Es ist dämlich Wirklich Rieck mich das auf Ja weil halt keiner gönnt Null Ne das hat Irgendwie Irgendwie Auf Irgendwie Auf Das ist Die Person So Alter Alle raus Schön Team Team Rettet Entspannt euch Ja Freunde ihr müsst Aufhören so durcheinander zu reden Das ist Katastrophe sonst Mich muss einer kaufen Oh Gott Oh fuck Schau dass du vielleicht das Zeug kreist Und weg Keine Ahnung Nein Und so verloren wir unseren First Try auf die Atommombe Ja wir waren unerfahren Unkonzentriert Teilweise auch unorganisiert Aber Aufgeschoben Ist nicht Aufgehoben Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Freunde Und wenn ihr Bock habt Besucht mich im Stream Hier auf YouTube Einfach abonnieren Liken Und beim nächsten Mal dabei sein Ich bedanke mich Und Ciao Ciao Ciao